hallo und herzlich willkommen im wald ich habe ein neues messer dieses hier und das dachte ich probiere ich jetzt mal mit euch aus so also es geht um dieses messer hier das ist neu die anderen drei sind schon etwas länger damit das ganze noch nicht so langweilig wird habe ich gedacht ich mache mal einfach einen kleinen vergleich mora messer gegen opinel also schweden gegen frankreich sozusagen ja geliefert wird das ganze eben nämlich nicht sondern man kriegt im baumarkt in diesem baumarkt hier leider gottes in dieser grauenhaften roten scheide mich persönlich stört die sehr ich fürchte allerdings wenn ich die um lackieren ist der lack teurer als das messer an dem zufolge ja gut damit lebe ich jetzt einfach mal was ich auch nicht schön finde sind die beiden roten dinger hier okay wenn man das messer verliert findet man es so leichter wieder aber mich nervt signalfarbe im wald das ist schon beim bäume auszeichnen so wenn man die rote angesprüht hat oder orange oder ähnliches sieht nicht so schön aus ja alternativ diverse modelle von opinel ich werde jetzt mal mit meinem standard hosentaschen opinel vergleichen dem opinel nummer zwölf eigentlich wäre von der klinge her ja eigentlich fast das opinel nummer acht oder nummer neun ich weiß gar nicht welches das ist eher vergleichbar aber wir nehmen jetzt einfach mal das zwölfer das opinel ist eins der hundert dinge deren die das beste design aller zeiten aufweisen weil es halt im laufe von über 100 jahren nie geändert wurde also die dinger sehen auch genauso aus wie 1890 als sie erfunden wurden da hat sich überhaupt gar nichts geändert bis auf eben diesen ring mit dem die sich halt eben schließen bzw fixieren lassen aber ihr kennt den ja den gab es halt früher noch nicht der ist eine erfindung mitte der des 20 jahrhunderts wurde der erst erfunden und erst seit 2000 gibt es den so dass man die auch im geschlossenen zustand arretieren kann und sie dann entsprechend nicht aufgehen also das ist eine ganz neue sache bei meinem ganz alten opinel das auch in meinem ersten video vorkommt gibt es das noch gar nicht diesen blockierigen ja mora hingegen die firma ist relativ jung ich glaube die gibt es erst seit 2005 mora aus sweden aber das ist ein zusammenschluss von vielen verschieden von zwei verschiedenen sehr alten messerschmieden und überhaupt da in diesem ort wo das herkommt jedenfalls sind die auch sehr alt und diese messer sind ja auch im klassischen skandinavischen messer design ich habe auch noch ein ganz ganz altes von meinem großvater geerbt das hat genau dieselbe klingen form also diese klingen form ist traditionell das skandinavische messer größten teil angeblich haben es die finnen erfunden in dieser form kann man sich jetzt natürlich streiten aber halt eben der klassiker so soviel zum historischen hintergrund jetzt ist es so dieses messerchen hier gibt es eben im bauhaus aktuell für zehn euro ist teurer geworden viele hat noch das glück so ein ding für sieben oder teilweise sogar für sechs euro oder acht euro zu bekommen mittlerweile kosten sie zehn und sind auch nicht mehr billiger zu haben das jedenfalls nicht bei bauhaus ja kurz zu den technischen daten klingenlänge ist 10,2 zentimeter fällt also in keinster weise in irgendeiner form und das waffen gesetzt und darf halt geführt werden auch in dieser großartigen roten scheide auch sichtbar im gürtel das spielt alles überhaupt keine rolle also man kann damit auch in der fußgängerzone oder sonst wo rum rennen theoretisch praktisch würde ich sein lassen aber es geht rechtlich gesehen ja der stahl ist es steht drauf dass es sich um carbon stahl handelt das kann jetzt wahrscheinlich sowieso keiner lesen naja doch einigermaßen und es ist halt noch mal darauf vermerkt dass es sich tatsächlich eben um ein original mora messer handelt obwohl es halt eben für wenig geld im bauhaus zu haben ist und bauhaus auch nicht unbedingt direkt werbung damit macht dass es sich um ein mora messer handelt sondern lieber dass es sich um ein bauhaus mehrzweck messer handelt oder was auch immer naja erster das wäre vielleicht sogar schlauer keine ahnung klingendicke ist etwa zwei millimeter ich glaube sogar ein kleines bisschen weniger bin mir jetzt nicht ganz sicher habe meinem hersteller nachgelesen naja ist jedenfalls sehr dünn ungefähr genauso dick wie ein opinel also das dicke das 12 war nur der unterschied ist halt eben dass die klinge bis vorne dick bleibt und erst dann im skandinavischen schliff scan die edge wie das die amis glaube ich nennen kann man jetzt auf deutsch übersetzen versuchen kann man auch lassen eben erst kurz vor ende spitz zuläuft und eben auch dieser typische und dieser typische skandinavische schleifwinkel hier ist eben halt auch dran dass das messer eben immer gleich dick bleibt und erst kurz vor der schneide entsprechend zur schneide hinsicht verjüngt also das ist die ganz typische skandinavische schleifweise wer irgendein skandinavisches messer hat hat in der regel diese schleiform dran jawohl der griff ist schlicht und ergreifend gummi und plastik ich weiß nicht was ich dazu sagen soll zweckmäßig nicht schön aber zweckmäßig und man muss sagen das ganze liegt doch sehr gut in der hand fühlt sich wirklich sehr gut an und ja ist schon nahezu ergonomisch und es ist wurst ob linke hand oder rechte hand funktioniert eigentlich ganz gut jetzt mag man sich fragen warum ist das messer so billig zu haben also zunächst mal das mora companion das ist also quasi dieses messer hier ist dem mora companion nachempfunden ja das kostet auch nicht viel mehr ich glaube das gibt es für 16 euro man hat es auch schon mal für 15 euro gesehen 17 18 euro ist so der standardpreis also so irgendwas um den dreh und das ist einfach funktioniert dann einfach so dass es jetzt bei bauhaus noch billiger ist die kaufen riesige mengen davon reduzieren übrigens noch mal ein bisschen die klingenstärke also die änderung wenn ich das richtig mitbekommen habe im vergleich zum original ist einfach dass das hier noch mal ein ticken dünner ist und ich könnte mir vorstellen dass etwas weniger metall im griff sitzt das kann man jetzt natürlich nicht feststellen und dass man es auseinander nimmt und dafür ist mir doch zu schade ja eben also dieser stahl hier der carbon stahl wie zu schön drauf steht ich vermute mal das wird der standard carbon stahl seien den mora bei allen anderen messern die carbon stahl aufweisen auch verwendet und damit eigentlich ein sehr guter stahl sehr schön scharf zu schleifen wobei ich jetzt an dem ding noch nicht umgeschliffen habe die auslieferung schärfe ist definitiv sehr gut zum gebrauchen und alles weitere werden wir jetzt testen ach so ja und rockwell härte ist wohl so irgendwas zwischen 58 und 59 steht zumindest beim bauhaus auf der homepage aber jetzt doch noch schnell bevor ich damit rumschnitze also die scheide das ist einfach eine ganz simple kunststoff steckscheide das ding steckt da drin doch ziemlich sicher fliegt nicht raus oder ähnliches das ist also eigentlich ganz gut die ist super leicht das ganze messer mit scheide wiegt irgendwas 103 gramm oder irgendwie so also sehr sehr leicht und der clip hier hinten ist eigentlich auch ganz praktisch weil der sich eben auch an höhe ohne gürtel befestigen lässt bei sehr breiten gürteln wie zum beispiel dem bundeswehrkoppel ja da passt er nicht ganz dran aber man kann trotzdem man kann das messer trotzdem dran stecken und das sitzt dann auch sicher also da kann ich mich eigentlich nicht beklagen und wenn es dann doch mal runterfällt dann ist es ja so schön rot oh freude oh freude gut ich habe ihn mal zu schnitztestzwecken ein stückchen buche abgesägt buche ist ein hartholz das zweithärteste holz was wir überhaupt haben in deutschland also wenn ich die resultate jeden niemanden vom hocker hauen liegt das eben daran dass das holz so hart ist und nicht unbedingt meine beiden getesteten messer so schlecht gut nehmen wir mal das mora also man sieht schon das haut ordentlich rein muss ich schon sagen das ist wirklich ziemlich scharf und selbst bei buche kann man da doch einiges an holz mit abbekommen was ich jetzt übrigens stümperhaft rum schnitze liegt das daran dass ich gleichzeitig auf die kamera gucken will und irgendwie versuchen muss das ganze im bild zu halten und ja das muss ich irgendwann mal noch üben aber funktioniert jedenfalls super ich bin positiv überrascht zumal es sich wie gesagt um buche handelt und dann nimmt das messer schon ordentlich was weg bis wirklich beeindruckt und da stellt man auch schon gleich einen kleinen nachteil fest nämlich dieser klingenrücken hier ist ziemlich rau da die hand den daumen drauf zu legen zwecks besseren grip beim schnitzen wie ich das jetzt hier gerade entsprechend tue geht natürlich auch so aber ich habe die hand schon teilweise ganz gerne an der klinge oder auch manchmal diesen oder ähnliches das ein bisschen umständlich beziehungsweise unangenehm dadurch dass der klingenrücken doch halt eben sehr dünn ist und dazu noch relativ rau das fühlt sich nicht besonders gut an aber gut bis ein 10 euro messer was will man da erwarten von der schärfe her haut jedenfalls gut rein nehmen wir zum vergleich mal das opinel gut aus gründen der fern ist ich habe das ding jetzt nicht besonders frisch geschliffen also das opinel das mora kommt natürlich direkt aus der packung in anführungszeichen und ist demzufolge jetzt noch im auslieferzustand ziemlich scharf frischer werk und mein opinel hier jetzt eigentlich fast mal wieder nötig aber gut dann probieren wir auch mal das ja also ich muss sagen immer noch ich bin ja opinel fan und wollte jetzt mal gucken ob ich das mora mehr überzeugen kann das allerdings noch mal billiger ist also ein opinel nummer 12 kostet fast 20 euro das ist eigentlich im prinzip das teurere messer aber ich muss sagen das nimmt schon noch mal mehr holz weg kann man hier glaube ich ganz gut erkennen dass es dann doch sehr gut reinschneidet und wie gesagt es handelt sich um buche also durchaus ein hartes holz so gesehen doch also man muss schon sagen opinel technisch geht das noch mal besser außerdem hat das opinel den vorteil dass die kante hier hinten erstens mal glatt ist und zweitens scharfe kanten hat also beim mora wird man keinen feuerstein feierstil verwenden können aber das probiert gleich mal aus gut feierstil test opinel sekunde also wie man hoffentlich sieht funktioniert es und das mora hingegen wie gesagt es sollte theoretisch kohlenstoffstahl sein also eigentlich müsste das gehen also rein vom stahl her aber tut sich nichts höchstens mit der klinge dann aber dann ist die natürlich hinterher etwas in mitleidenschaft gezogen also ich möchte eigentlich nicht meine klinge verwenden müssen wenn ich den feuerstein benutze aber gut gesagt 10 euro messer da wäre dann auch die leitige frage zu klären ob sich dieses messer jetzt nun zum baitening oder batoning oder wie auch immer man das aussprechen mag zu deutsch ungefähr stöckeln eignet ich probiere es mal aus also hier haben wir ein stöckchen auch wieder buche also hartholz wenn das durch geht dann funktioniert es auch mit weicheren hölzern also rein geht schon mal wobei ich hier natürlich ordentlich klopfen muss wie gesagt es handelt sich um buche aha aha also man kann erahnen dass das ganze eigentlich ziemlich gut funktioniert und hier liegt jetzt natürlich ein vorteil im vergleich zum opinel weil das habe ich schon mal ausprobiert das opinel mit dem ich es ausprobiert habe ist danach seitdem kaputt also das versuche ich gar nicht erst bei tony mit diesem ding immerhin möglich wahrscheinlich tut es auf die dauer dem messer nicht gut da wäre mein glock besser geeignet kurz zum vergleich probieren wir das auch schnell aus hier das glock kennt ihr ja auch schon dürfte jetzt niemanden überraschen wie das aussieht jawoll ja ja bam durch ja gut das ist jetzt natürlich auch ein kleineres stück aber für solche sachen ist natürlich so ein gewaltmesser wie das glockkampfmesser erheblich praktischer aber es geht auch mit dem mora wollte ich nur mal festhalten mit dem opinel nicht also ein pluspunkt für das mora ja also ich muss sagen im großen und ganzen bin ich mit dem ding doch recht zufrieden wie gesagt 10 euro dafür ein tolles messer und doch noch mal ein bisschen stabiler ist das opinel das opinel ist ja wirklich ein rein schnitzmesser also man kann wirklich nicht behaupten dass man das noch für großartig was anderes nehmen kann also ja schnitzen holzbearbeitung in dem sinne an holz rumschneiden an fleisch rumschneiden man muss halt ein bisschen vorsichtig sein man kann sich auch noch mal ein paar extra mulden in den griff reinschnitzen ich bleibe opinel fan also die dinger sind mir lieber ich mag auch als everyday carry messer auch wirklich eins das ich in die hosentasche stecken kann lieber als so ein ding das ich dann zwangsweise am gürtel mit mir rumschleppen muss oder halt eben in die große beintasche an diversen outdoor hosen stecken kann aber dann guckt es immer noch raus und ist rot ja gut jetzt wie gesagt das ist die baumarkt variante die ist besonders billig die ist für jedermann zu haben ist vielleicht von daher kein allzu fairer vergleich wenn ich jetzt sage opinel ist besser weil das halt eben nur die aller 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 billigste variante eines moha messer ist die es überhaupt gibt ich habe kein anderes irgendwie sind die an mir vorüber gegangen ich habe ein paar andere skandinavische messer aus sandvikstahl die sind toll definitiv ja diese moha messer sind schon gut also kann man echt nicht anders sagen und wem sowas hier eher liegt ist natürlich schon schön bei einem feststehenden messer dass man halt ruckzuck griffbereit hat das ist halt schon sehr praktisch muss ich sagen bis ich mein opinel aus der tasche gefriemelt habe und aufgeklappt habe das geht halt immer ein weichen also ich werde das sicherlich auch benutzen dann mehr so stationär wenn das lager schon steht oder beim lager aufbau gerade währenddessen aber so für jeden tag dabei haben bleibe ich beim opinel nicht unbedingt beim zwölfer ich habe auch teilweise immer die kleinere variante vorbei dabei je nachdem welche hose ich anhabe die bundeswehrhose hat nämlich eine messertasche da passt das zwölfer exakt genau rein bietet sich an jo dann werde ich mit den messern mal jetzt ein bisschen wurst runter schneiden und noch ein wenig festspach zu mir nehmen und ja dann war es das auch schon mit diesem messer video mein zweites messer video das messer recht zählt irgendwie nicht ja ich hoffe ihr habt damit einigermaßen was anfangen können ist natürlich wieder sehr ausführlich geworden ja schönen tag noch tschüss tschüss